Ich saß immer auf den höchsten Häusern von Chromium. Hab mich gefühlt wie ein Gott. Hast du diese Superkräfte noch? Früher hab ich verdammte Löcher in die Raumzeit geballert. Nein! Oh, du bist der Typ von dem anderen Planeten. Du hast Superkräfte, oder? Komm schon, ich will deine Geschichte hören. Hast du noch irgendwelche Superkräfte, oder? Wenn du noch einmal Super sagst, ist gut. Die Quelle meiner Kräfte existiert hier nicht. Verschone den armen Jungen mit deinem Bullshit. Ich war immer gut zu dir, oder? Zu dir und deiner Familie. Nein, nein, nein! Du setzt unsere Leben aufs Spiel, um mit nem Penner abzuhängen. Meistet ihr uns überhaupt nicht helfen müssen. Haut ihr ab, werden sie euch finden und ihn umbringen. Und was machen wir jetzt? Bleiben und euch dem Kampf stellen. Wer zur Hölle ist Max Fist? Spielen wir ein perfektes Spiel! Wo ist mein Bruder? Das ist echt ein krasser Look. V Mehrfach uma bent, denkst du gut aus. Run! 顏 Untertitelung des ZDF für funk, 2017